Sitze oder lege dich bequem hin und atme tief ein und aus, atme Entspannung ein und Anspannung wieder aus, lasse alle Gedanken und Sorgen des Tages los, konzentriere dich nur auf deinen Atem und spüre, wie du mit jedem Atemzug ruhiger wirst. Schließe für einen Moment deine Augen und stelle dir vor, du befindest dich auf einer Wanderung, auf einem Bergpfad im Gebirge. Die Luft ist frisch und rein, erfüllt mit Sauerstoff, der deine Lungen füllt und deinen Geist belebt. Um dich herum erstreckt sich eine wunderbare Natur. Vögel zwitschern in den Bäumen, Schafe grasen friedlich auf den saftigen Wiesen. Eichhörnchen huschengeschwind über die Äste, Bienenzummen um die Blumen, Käfer krabbeln über den Waldboden und duftende Kräuter und Moos bedecken den Boden. Ein klarer Gebirgsbach entspringt als Quelle am Wegesrand und blätschert sanft vor sich hin. Schritt für Schritt bewegst du dich den Bergpfad hinauf, spürst die Erde unter deinen Füßen und die frische Bergluft in deinen Lungen. Mit jedem Atemzug fühlst du dich ruhiger und gelassener. Du nimmst die Schönheit der Natur um dich herum wahr und lässt sie auf dich wirken. Die Farben, Gerüche und Geräusche der Natur umgeben dich wie ein beruhigender Mantel. Endlich erreichst du den Gipfel des Berges. Du blickst hinaus in die Weite. Eine atemberaubende Aussicht breitet sich vor dir aus. Majestätische Berge, grüne Täler, ein strahlend blauer Himmel. In diesem Moment fühlst du dich frei, frei wie ein Adler, der hoch oben am Himmel kreist. Du spürst die Weite, die Freiheit und die Leichtigkeit des Fliegens. Als die Sonne langsam untergeht, kehrst du zurück auf den Boden. Du landest sanft und verwandelst dich wieder in eine menschliche Gestalt. Du fühlst dich gestärkt, ruhig und glücklich. Dein Geist ist klarer, stabiler und mental gestärkt. Du hast die Weite der Natur genossen und neue überwältigende Erfahrungen gemacht. Atme langsam tief ein und langsam wieder aus. Energie durchströmt deinen ganzen Körper. Du bewegst deine Hände, deine Füße, regelst und streckst dich. Langsam öffnest du wieder deine Augen und kehrst zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Spüre die Ruhe und Gelassenheit, die du während dieser Meditation erfahren hast, noch eine Weile nach. Lasse das Gefühl der inneren Stärke und Freiheit in dir wirken. Nimm dir einen Moment Zeit, um dankbar zu sein für diese Erfahrung und für die Schönheit der Natur, die uns umgibt. Fühle dich erfrischt, gestärkt und glücklich. Wenn du bereit bist, kehre mit einem tiefen Atemzug zurück in deinen Alltag. Trage die Ruhe und Stabilität, die du während dieser Meditation gefunden hast, mit dir und lasse sie dich durch den Tag begleiten. Mögest du immer daran erinnert werden, dass du die Kraft hast, zur inneren Ruhe zu finden. Mental stärker und stabiler zu werden und Glück zu empfinden. Mögest du dich nach dieser Meditation erholt und erfrischt fühlen. Mögest du immer daran erinnert werden, dass du die Kraft hast, zur inneren Ruhe zu finden. Mögest du immer daran erinnert werden. Mögest du immer daran erinnert. 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 Vielen Dank.